1, 2 und 3 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 Das zeigen wir einmal von der anderen Seite. 1, 2 und 3 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 Wir drehen die Dame an unserer rechten Seite in ein Körbchen. Während wir die Dame jetzt nach vorne rausführen, wollen wir einen Handwechsel machen. Und zwar lasse ich hinten die Hand los, damit schnappe ich vorne die Hand der Dame. Die andere Hand lasse ich los und während ich mich weiter links rum drehe, fasse ich hier die andere Hand der Dame. Wir tanzen eine Verschiebeaktion. Der Herr geht so schräg diagonal vorwärts auf die andere Seite der Dame rüber. Dabei machen wir so ein kleines bisschen Weg. Jetzt wollen wir uns als Paar, während die Dame aber an der rechten Seite bleibt, einmal halb rechts rum drehen. Jetzt kommt im Prinzip eine kleine Wiederholung. Wir tanzen wieder eine Verschiebeaktion, so ein bisschen schräg diagonal wieder rüber. Wie beim ersten Mal auf die andere Seite. Als Auflösung tanzt der Herr rückwärts einen kleinen Taucher. Und die andere Hand, die rechte, lege ich auf der rechten Schulter der Dame ab. Die linke Hand lösen und die Dame dreht nach vorne wieder raus. Die Linke Hand lösen und die Dame rechte, lege ich auf der rechten Schulter der Dame rüber. Die Linke Hand lösen und der Dame rechte, lege ich auf der rechten Schulter der Dame, bis sie auf der rechten Schulter der Dame rüber.